Eddie, Süße, du verwechselst mich mit Robin, der Große und ich sind uns gar nicht zugart. Oh, oh, ich weiß, wegen dem, was seiner Katze und Freude passieren würden, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockier-Jungler-Erstaubt, das hast du nicht erwartet, oder? Wenn wir nicht gemacht, der Wisch, der Wisch, der Wisch und der Intellektuell-Wallee. Dachtest du, ich habe jetzt unsere letzte Zusammenkunft und Larinne? Du hast mich gedemt, ich will nicht. Dieses Mal wirst du mal nicht schlafen. Völlig unmöglich, du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich will nicht, in deinem Verstand meine Rätsel zu lösen. Ich werde es irgendwann, während ich bei deinem Leiden abstehe. Und während in deinem Beschränkungsgeist endgültig alle Wichter ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Alle Arben, komm zum Eisenhaus in den Tiefen, oder sie sterben. Dicht ihr, aber sie sind das nicht! Dicht ihr? Dicht ihr? Dicht ihr? Wie nennt man den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Äh, weiß nicht. Einen halben Sohn nennt man ihn. Ich raff's nicht. Du willst Batman brechen? Vergiss Scarecrow, Two-Face, Penguin und den Rest dieser Komiker. Nigma ist der Mann mit dem Plan. Der Rätseltyp? Nee, glaub ich nicht. Glaubt mir, der IQ von dem Typen ist sowas von hoch. Und fängt den Dumpfenritter nur, wenn man echt clever ist. Und nicht fertig. Jetzt hier! Hast du ab? Der Riddler hat's Kehrtwungen. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich hab sie nur gefesselt und ihr drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich hab sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst mir glauben. Das tue ich. Zentrale bitte kommen. Batman, das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Halt still. Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt, vom mutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Mann, ruhig mitmachen. Was ihr geist. Haarabdehnen. Zusammen seid ihr gerade gut genug, um zu gewinnen. Erfreut mich daran, solange es geht. Dunkle Ritter. Ich habe mehr für dich geplant, als Dinge zu schlagen. Alles klar. Schlau. Du hattest hoffentlich Spaß, Dunkle Ritter. Denn mehr wirst du heute nicht kriegen. Wie du siehst, hat diese kässe-kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Guck, mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, mach das Kätzchen rum. Nun steh nicht einfach rum, Dunkle Ritter. Setz dich in deinen aufgemotzten Raketenschlüssel und komm zum Zugdepot im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. Erwartet dich nicht. Ich komme zurück. Warte hier. Ich trage eine Bombe, Batman. Natürlich bleibe ich. Lass mich nicht warten. Sir, ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman, mein guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich muss zurück zur Brücke, um das Batmobil nach Miyagani Island zu bringen. Ich würde mir ja etwas neues das Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Ich gehe zurück zur Mercy Bridge, um die Spur des Wagens des Arkham Knight aufzunehmen. Miss Gordon, zum Wohlergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Hagen 4 hier. Sie liegen drinnen in der Grand Avenue gerichtet. Pertollinformation, kommen. Hätte ich gedacht, mal zu erleben, wie sich Tufis und der Pinguin verbünden? Ja, aber mal sehen, wie lange das hält. Ich sage dir was, zu Jokers Zeiten wäre sowas niemals passiert. Ich muss schon sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Gotham war ohne mich einfach nicht dasselbe, was? Scarecrow als größter Schocke der Stadt? Nicht mehr lange. Ja. Scarecrow als größter Schocke der Stadt. Der Entplan hat was Großes. Warum sollte er sich sonst mit den Pinguinen zusammentun? Alfred, ich bin an der Brücke. Ein Moment, Sir. Ich sollte Sie wohl warnen. Es erwartet Sie erhebliche Milizpräsenz. Ist notiert. Ich habe Zugriffe auf die Dateien, an denen Miss Gordon vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direchter Treffer mit der Balkenkanone auf die Sensoren sollte Sie mit einem Schuss zerstören. Sergeant, die Massebrücke wurde erholt. Er kommt. Die Mamba draußen aktiv und gefechtsbereit. Ein Doppelgefechtskampf. Das Wettmobil wird anlegen. Ich muss da. Ich habe Aufmerksamkeit mit Ballard, Batman. Primärziel hat Diamondback getroffen. Panzerung ist durchbrochen. Der Runde bezieht Position an der Flanke. Ziel hat eine Drohne erwischt. Panzerung intakt. Redner zerstört. Mamba Drohne hat Schaden erlitten. Arkham Knight, bitte kommen. Verteidigung durchbrochen. Er bewegt sich nach mir. Gar nicht heilt. Jetzt nicht, Sergeant. Stell Straßensperren auf. Riegel die Insel ab. Ich habe ihn. Er ist auf der Mercy Bridge. Ich habe eine Drohne verloren. Er hat eine Drohne erwischt. Nein! Er lässt euch wie Trottel aussehen. Er lässt euch wie Trottel aussehen. Panzerung hält! Die Drohneinheit in Kingston ausgeschaltet! Die Drohneinheit in Kingston ausgeschaltet! Drohneinheit in Kingston ausgeschaltet! Primierziel wird verkliert! Batman hat eine Drohne zerstört Drohne getroffen, sie ist noch aktiv Drohne zerstört alle Drohnen aufreißen Zentrale, bitte kommen. Hier befindet sich eine Reiche auf einem Dach in Kingston. Sieht übel aus. Pürken 4, Ende. Das Auto des Arken Knight ist ausgewichen und da reingefragt. Der Arken Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Ich kann hier erst weg, wenn ich weiß, wie ich Oracle aufspüre. Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Warum? Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Ich sollte die Leiche suchen. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Ich werde die Tür nicht wegschauzen. Die Tür keine出去. Da ich mich schauzen muss. Das war's. Sauber vom Wagen gerissen. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden sein. Vorher Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. Ich muss einen Weg finden. Ich muss einen Weg finden, Oracle aufzuspüren, bevor ich gehe. Oracle ist also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben. Für mich will ich auch überstehen. deutlich mit dem He Wick in der Waffe sind sicher. Ihr Français ver мерахtor�. Er hat uns in der Waffen zu sid rallye zu lassen. Er hat uns nicht in der Weren. Er hat uns auch nach weiß. Auch um es Debugieren nicht 테ается. Er hat uns in der Waren sch uğr asshole��. Um es Ade hat uns auch mit dem Essungsfeld. UNTERTITELUNG 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 Oh, 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 oh. Arkham Knight? Warum Arkham Knight? Dachte, das hätten sie dicht gemacht. Vielleicht ist es ein politisches Statement. Weißt du, vielleicht will er, dass sie den Laden wieder aufmachen oder sowas in der Art. Zentrale, wir sehen endlich über Top-Meer-Gonny-Island. Kommen! Was ist das zu fassen? Ich war in Black Age, in Asylum und in Arkham City. Hab Batman nie zu Gesicht bekommen. Nicht ein einziges Mal. Ich hatte wohl einfach Glück. Das sind alle in der Nähe des Rain-Towers, finden Kavalle statt. Kommen! Wie schön, dass Sie auftauchen, Mr. Wayne. Ich schätze, Sie waren für den Vordereingang nicht passend gekleidet. Ist die Entschlüsselung abgeschlossen? Vollständig entschlüsselt. Ich habe den neuesten Funkverkehr der Milizen und die entsprechenden Koordinaten auf Ihrem Rechner hinterlegt. Danke, Lucius. Ich kann das Netzwerk nach Arkham Knights Stimmmuster durchsuchen und den Standort seiner letzten Übertragung bestimmen. Identität bestätigt. Guten Abend, Mr. Wayne. Lade Wellenform zur Analyse hoch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Scanne Funk nach Stimmmuster über Einstimmung. Position bestätigt. Ich habe es. Der Neid sendet aus dem Miyagani-Tunnel-Netzwerk. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Wayne. Da Sie gerade hier sind, wir haben an weiteren Verbesserungen Ihres Wagens gearbeitet. Sagen Sie mir, worauf wir uns konzentrieren sollen. Das wird Ihnen gefallen. Habe ich selbst programmiert nach diesem Angriff heute Abend. Der Drohnen-Virus übernimmt die Freund-Feind-Ziel-Erkennung der Panzer und lässt sie sich gegenseitig anvisieren. Ein Upgrade des Waffengenerators lässt Sie die Sekundärwaffen des Batmobils überladen. Schlagkräftige Augen. Das wird... Ich melde mich, sobald es fertig ist. Falls Sie noch etwas brauchen, ich bin die ganze Nacht hier. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich die Stadt nicht verlassen. Für Glück, Mr. Wayne. Sie wissen, wo Sie mich finden. Alfred, ich habe den Arkham Knight bis zu den Tunneln unter Miyagani zurückverfolgt. Gute Nachrichten, Sir. Habe ich Sie hier Hinweise auf eine starke Präsenz von Drohnen in diesem Gebiet. Es wäre Irrsinn, Sie ihnen ohne das Batmobile zu stellen. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Das soll eine Überraschung werden. Batmobile, glaubst du, ich bin so schnell beschrieben, dass eine verrostete Fabrik eine einzige Waffe war? Primierziel hat eine Drohne erwischt. Ich finde dich und wenn ich dich habe, bist du tot.